Ah, kleiner Spaziergang. Ist zwar ziemlich nass, aber die Ziegen freuen sich. Die kriegen ein paar Blätterchen und Äste und Baumrinde. Und wir lassen die eigentlich die ganze Zeit frei. Die können rumlaufen, wo sie wollen, aber die wollen nicht. Alleine haben die Angst. Das müssen die immer mitnehmen. Ja, die brauchen einen Herzen.